Hallo und herzlich willkommen zurück bei uns. Ich bin Senni und heute gibt es das Starstable Update vom 22. Januar 2020 und mit ihm ein neues Fort Pinter. Ich war noch nicht in Fort Pinter, ich kam gerade von dieser Fähre, die hier hinten gerade wieder ablegt Richtung Jalaheim. Und ja, möchte jetzt gemeinsam mit euch die ersten Schritte durch das neue Fort Pinter gehen. Wir haben ja schon Bilder von dem neuen Fort Pinter gesehen, das habe ich gestern gezeigt bei meiner Vega-Teaser-Reaktion. Jetzt hätte ich es leider nicht rausgebracht. Und ja, zu Vega aber heute noch ein bisschen mehr zu einem späteren Zeitpunkt. Jetzt hätte ich gesagt, legen wir erstmal los und schauen uns das neue Fort Pinter an. Ich bin mega gespannt und wow. Oh mein Gott, Leute, guckt mal, wie schön es jetzt hier ist. Der Springbrunnen und die Blumen, die sehen jetzt richtig, richtig hübsch aus. Hier haben wir Gras. Oh mein Gott, es sieht so toll aus, Leute. Bitte bedenkt, dass die ganzen Gebäude, die wir hier sehen, noch nicht geupdatet ist. Erstmal kamen alle anderen Sachen dran, also Wege, Bäume, Blätter, Sträucher und unter anderem auch die Verkaufsstände. Und guckt mal, das kleine Kaffee. Oh mein Gott, es sieht so hübsch aus. Leute, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie findet ihr das neue Fort Pinter? Ich finde es ehrlich gesagt tausendmal schöner wie davor. Ich muss aber auch sagen, ich habe mich mittlerweile auch schon lange dran gewöhnt, dass wir diesen neuen Style bekommen haben. Ich brauche da immer ein bisschen und mittlerweile gefällt es mir einfach super, super gut. Ihr seht jetzt hier, wenn ihr shoppen geht, hier ist alles upgedatet. Wir können hier jetzt auch das gleiche Shoppingerlebnis haben wie überall anders. Die Storys sehen einfach wundervoll aus. Oh mein Gott, ich bin mega begeistert. Und Moment, ihr seht, wir können hier jetzt ganz normal shoppen und uns endlich überall sehen, wo wir möchten. Weil das war ja was, was ich lange, lange Zeit in Star Stable moniert habe. Und das können wir tatsächlich jetzt endlich tun in allen Stores, auch in Pinter. Guckt mal, hier ist sogar so ein kleiner, süßer Eingang. Es ist mega, mega süß. Und um das neue Fort Pinter zu feiern, hat sich Star Stable eine kleine neue Quest ausgedacht. Die geht um unseren kleinen Bürgermeister Peanut und um James natürlich. Weil um wen soll es denn sonst gehen, außer um James in Fort Pinter. Hier haben wir James und den kleinen Bürgermeister. Wenn wir diese Quest machen und abgeschlossen haben, dann bekommen wir ein neues Rennen nach Fort Pinter mit dem kleinen Bürgermeister. Ich freue mich mega drauf, Leute. Ich werde es sofort im Anschluss filmen. Und wenn ich es irgendwie schaffe, kommt es heute noch im Laufe des Tages. Ich freue mich mega drauf, dass Fort Pinter jetzt dann ein neues Rennen hat. Und ja, das macht Fort Pinter noch um einiges besser und schöner, hätte ich gesagt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet und wie euch das neue Fort Pinter gefällt. Ich muss ganz klar sagen, ich liebe es. Gerade eben hatte ich ja schon von dem neuen Sony gesprochen von Vega oder Vega und Dakotas Schatzi-Hase-Mausebärchen. Der Idris hat damit was zu tun, falls ihr das nicht wisst. Dakota und Idris sind zusammen. Die haben sich verliebt als Idris quasi neu. Nach Jorvik kam. Und die beiden wollen auf jeden Fall heiraten. Und die Dakota liebt ihn ihres Idris sehr. Und sie hofft immer noch, dass er nicht böse ist und bald gut wird oder gut ist schon immer. Und auf jeden Fall... Ich bin etwas abgeschweift. Auf jeden Fall hat Idris etwas mit dem neuen Sony Vega zu tun. Wir haben ja hier hinten bereits eine Sony. Und wir bekommen nächsten Mittwoch auch noch ein zweites süßes Sony dazu. Das kleine Vega. Das ist quasi die Schwester von diesem Sony, hätte ich jetzt gesagt. Und es hat was mit Idris zu tun. Und mit Mario, der ja gerne in die Sterne schaut. Das heißt, wir bekommen zu unserem neuen Vega, das nächste Woche einziehen wird in Star Stable, eine kleine süße neue Quest. Genauso wie heute. Ich freue mich mega drauf, Leute. Ich werde natürlich auch nächste Woche mir das Sony kaufen und die Quest machen. Jetzt im Anschluss werde ich gleich die Quest machen mit unserem zuckersüßen kleinen Bürgermeister Peanut. Und dann hätte ich gesagt, war es das mit diesem Update vom 22. Januar 2020. Falls euch das Video gefallen hat, würden wir uns natürlich über ein kostenloses Abo von euch freuen, über einen Like oder einen Kommentar. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Danke bis Zuschauen. Servus! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.